Herzlich Willkommen und zurück zu Outlast 2. So, ich bin echt gespannt, was uns heute erwartet. Mal klicken, wie das jetzt nochmal funktioniert hier. Ah, ok. Wie gesagt, wir haben hier noch den Blutring. Ah, ist absolut krass hier, ey. Oh. Ah. Oh, hier hat auf jeden Fall ein paar Zweige aus dem Kopf. Oder im Kopf. Das will ich nicht. Oh. Scheiße, was ist denn hier passiert, ja. Das regnet Blut ohne Ende. Ich muss mich so erschrecken, ey. Meine Fresse, ey. Du kranker Arsch, ey. Boah. Boah. Oh. So, wir gucken weiter. Oh, ja, ey, ey, ey. Na, kommt doch für den Färber? Oh, ja, oh, ja, oi, ja. hier betasse glas rum überhaupt passend, dass er uns hier nicht sieht, wie auch immer das war man kann sich hier überall verstecken, das ist nicht gut Tür ist zu ah, ich denk mal, da wird oben sein komische war doch einmal da ah, hier haben wir noch ein bisschen Lesestoff wer lesen möchte, bitte Pause drücken ok, gut, dann machen wir weiter ich würde mal passieren, wie wir jetzt da durchkommen machen wir mal so oh, es ist gut, wenn ich die Tür einhaut das warte, bis er weg ist oh man wirst du, wo der ist, jetzt sehe ich mich nicht oh man 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 leck mich doch leck mich doch ey, das kann doch nicht wahr sein oh man oh man oh man oh man oh man okay okay Also ich glaube, man muss sowas durchspringen durch das Fenster, irgendwie. Zangeln wir uns noch mal rüber, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ey, ist das eine heftigige Scheiße, ey? Na, ein paar Band haben wir noch, sieht sehr schön. Schon wieder am Schulgebäude drinne? Zu? Gucken, ach, Scheiße. Oh je. Das müssen wir auf jeden Fall festhalten. Dauert immer ein bisschen seiner Zeit. Aber jetzt haben wir gleich. Jetzt, so. Ist nur die Frage, wo wir eigentlich langen müssen. Gehen wir einfach hier lang. Tja. Lütt, da ist das Klo, da müssen wir wahrscheinlich nicht langen. Guck, gegenfalls nicht. Oh, das ist blöd erschrocken. Scheiße, ey. Boah, ich bin ja gerade erschreckt. Wie gesagt, wir gucken auf jeden Fall weiter. Oh, da kann man hier, da kann man hier. Ah, eine Batterie, sehr schön. Schön, 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 schön. Alle zu, müssen wir wieder raus hier. Na, na. So. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Kranker Scheiße, jeder. Ah, ist auf jeden Fall um was. Ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß nur noch nicht was. Oh, was ist das denn hier? Ah, ah, ah. Ich hoffe, dass das mein Schatten ist. Ich hoffe, dass die Beleuchtung ist an. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Blut. Blut. Das soll ein guter Ausgang sein, ja. Das muss noch. Blut ist noch nicht wo. Na, guck mal mal kurz wird. Nicht auf jeden Fall. Achso, da waren wir da und bei. Also müssen wir denn eigentlich da lang? Ey, ne Güte. Ich hab's hier noch um was andere. Kann man nicht auslösen. Hä, jetzt ist so wie immer offen? Komisch. Oh, Mann. Wir sind jetzt hier in der Bibliothek. Na, ja. Schauen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiter rum. Oh, scheiße. Ach, du. Kacke. Ah. Scheiße. Scheiße. Ist er weg? Der Koffer? Nee, er ist noch da. Mikrofon anmachen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Scheint er auch weg zu sein. Ah, schon wieder zu die Scheiße ey, gibt's doch nicht. Ah, da müssen wir wahrscheinlich irgendwo suchen. Ah, das kann aber überall sein, ja? Ah. 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 Ah, ja. Ah, ja. Das ist ein bisschen Fersenwelt hier. Fuck. Ich glaube, wir sind jetzt ... Wir waren auf jeden Fall richtig gewesen, da wo wir grad waren. Ah, ja. Ah, das ist voll auf Bücher hier. Oh Mann. Da ist was, da ist unten, da ist ne Tür. Da sind wir irgendwann hier gucken. Okay, die ist ja auch, hm? Können wir auf jeden Fall hin. Oh! Musst du mich so erschrecken? Nein. Nein, das ist nicht. Oh. 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 Oh ooh. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Das war auf jeden Fall ein Problem vielleicht, ne? Ist er weg? Ich hoffe nicht. Scheiße. Gut, ich denke ja gerade noch mal gut. Oh wei. Alter Schwede, ey. Wo sind wir denn jetzt hier landet überhaupt? So klar, dass die zu ist. Mal nur gucken. Oh Mann, Alter ey. Oh ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und das wieder heißt Outlast 2. Und bis dahin sag ich schon mal Ciao. Oh. Oh. Oh.